Dips als Möglichkeit, wenn man keine zwei parallelen Stangen hat, kann man einfach eine Couch, einen Tisch, ein Sofa, ein Bett nehmen. Hände hinten aufstützen, man bleibt relativ nah an dem Stuhl dran, geht so weit runter wie man kann und drückt sich wieder hoch. Voller Bewegungsumfang, Hüfte ist oben gestreckt.